Hallo, ich bin's Lennart. Ich bin hier gerade im Wald und es hängt an zu regnen und das hier soll nur ein kurzes Infovideo sein, weil es sind einige Dinge vorgefallen in unserem Channel, die mich und den Matt veranlasst haben auszusteigen. Der Matt dreht, soweit ich weiß auch noch mal ein eigenes Video darüber, wo er seine Meinung dazu sagt. Wir möchten jetzt auch nicht allzu sehr darauf eingehen, weil wir einfach niemanden schlecht machen wollen und alles. Es ist uns eigentlich nicht ganz so leicht gefallen, weil wir beide natürlich von Anfang an dabei sind und wir wollten auch nicht aufhören Videos zu machen. Wir hatten da einfach die letzten Tage ziemlich viel geredet und haben jetzt auch beschlossen, dass wir einen neuen YouTube-Channel aufmachen, wo wir genau das gleiche weitermachen wie hier auch schon. Und wir wollen da jetzt auch niemanden abwerben oder irgendjemanden schlecht stellen. Das ist wirklich das Letzte, was wir wollen. Wir wollten einfach nur, weil wir nicht aufhören wollten, weiter Videos zu machen und euch da draußen zu helfen. Und ich muss gerade mal kurz die Hand wechseln. Genau. Ja, wie gesagt, wir wollten nicht aufhören, euch zu helfen und Videos zu drehen, weil es macht uns wirklich Spaß. Aber es ging einfach für uns beide in diesem Umfeld, ging es für uns nicht. Deswegen haben wir uns jetzt halt dazu geschlossen, dass wir einen eigenen Channel aufmachen. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne vorbeischauen, müsst es aber nicht. Wenn euch der hier gefällt, dann bleibt hier. Wenn ihr uns weiter sehen wollt, guckt da hin. Ihr könnt auf beide gehen. Das ist uns egal. Wir wollen keine Konkurrenz sein. Wir wollen einfach nur weiter unsere Freude am Videos drehen haben und die Videos machen und euch helfen. Also, da sind keinerlei Konkurrenzgedanken dahinter oder irgendwelche Gedanken, dass wir jemanden schlecht machen wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wie ich es jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt habe. Genau. Wir fangen diese Woche an. Wir sind bis jetzt drei Mitglieder. Genau drei. Also, wenn es irgendjemand von euch Zuschauern gibt, der auch gerne eine volle Besetzung oder Vertreter sein möchte, kann er uns gerne anschreiben. Geht einfach auf unseren Channel. Da ist ein Infovideo hochgeladen und unter dem Infovideo sind auch die ganzen Kontakte, wo ihr uns anschreiben könnt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns trotzdem weiterhin in den Videos sehen. Meine alten Videos bleiben von mir aus. Bleiben die alle hier auf dem Channel drauf. Also, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die bleiben hier. Außer natürlich irgendeiner von den anderen möchte unbedingt, dass sie gehen. Dann werden sie natürlich gelöscht. Aber dann gucken wir auch, dass wir die irgendwie wieder hochladen. Ja, dann würden der Matt und ich uns freuen, wenn wir euch weiterhin sehen. Oder ihr uns weiterhin seht. Wir sehen euch ja nicht so oft. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Ciao.